Was nicht erfüllen wird, sehen wir gleich. Es ist richtig bitter für die Gemeinden im Norden von Duisburg. Kirchenfenster eingeschmissen, Silvesterböller im Gemeindesaal, Dachrinne abgerissen. Vandalismus. Und wie? Wer macht so was? Warum dieser Hass auf Christen und ihre Kirchen? Schwer zu sagen, es sind immer andere anscheinend und es passiert reihenweise. Tatortbegehung mit der Polizei. Heute Morgen muss Pfarrer Heinz-Georg Ersmann wieder Zerstörungen an seiner Kirche anzeigen. Hier in der evangelischen Kirche in Duisburg-Lahr wurde das Fallrohr der Dachrinne abgerissen. Jedes Mal ist es für uns bedrückend, hierher zu kommen und in Erwartung, was ist jetzt wieder neu geschehen. Dass Fenster eingeworfen werden und jetzt sind Leute, die hier hochgeklettert haben, also die Dachrinne beschädigt. Es ist immer schmerzhaft. Blinde Zerstörungswut. Erst vor Tagen wurden hier fünf Fensterscheiben eingeworfen. Auch Schmierereien gibt es regelmäßig an dem 150 Jahre alten Gotteshaus. Wir werden jetzt eine Anzeige dazu fertigen und dann wird das sein Gang hin zum Kommissariat und die werden dann die weiteren Ermittlungen darüber tätigen. Kommt häufiger vor, nicht? Hier ja auf jeden Fall. Im Moment haben wir da ganz große Probleme mit. Gottesdienst in der St. Ewaldikirche einen Kilometer weiter. Auch die katholische Gemeinde ist Angriffen ausgesetzt. Hier wurden schon vor einem Jahr die wertvollen Motivfenster mit Steinen kaputt geschmissen. Die Pfarrgemeinde ließ Sicherheitsglas vor die Fenster setzen, doch auch das wurde jetzt zerstört. Es wurden große Steine gegen die Kirche geschleudert. Die Gläubigen sind entsetzt, fragen sich, wo so viel Hass herkommt. Es ist schon ganz schlimm, dass die Kirchenhäuser nicht ihn holen lassen. Wir können uns gar nicht vorstellen, dass wir solchen Hass verdient haben eigentlich. Das hat jetzt hier eine neue Qualität, weil das ist wirklich Sicherheitsverglasung. Die kriegen sie mit normalem Steinwurf nicht einfach zerstört. Also das ist schon wirklich brachiale Gewalt, die da angesetzt worden ist. Sorge um die Kirche mischt sich in Duisburg-Lahr mit der Angst vor dem Verfall des ganzen Viertels. Vor den Zwischenfällen hat es Streit gegeben mit Jugendlichen einer Großfamilie aus der Nachbarschaft. Pfarrer Andreas Rose hatte versucht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und wurde wüst beschimpft. Es war eine Gruppe ausländischer Jugendlicher, so zwischen 10 und 14 Jahre, die gegen die Kirche Ball gespielt hat und auch Autos dann dabei fast beschädigt hat. Da habe ich sie freundlich gebeten, eben aufzuhören, noch bis der Parkplatz leer wäre und der Gottesdienst vorbei ist. Und wurde daraufhin nur übelst beschimpft mit, was ich fick dein Gott und ähnliche Äußerungen, die ich gar nicht so weitergeben kann. Und da bin ich besser gegangen, weil ich auch Angst hatte, würde vielleicht sogar noch Übergriffe geben auf mich. Und es gab weitere Attacken in den vergangenen Wochen. So wurde die Sanitäranlage eines Gemeindesaals mit Silvesterraketen angezündet, ein katholischer Gottesdienst mit Böllern gestört und es wurden Hassparolen auf ein Kirchengebäude geschmiert. Und die Polizei? Das sind normalerweise Sachbeschädigungen. Wir müssen unsere Ressourcen auch ein bisschen nach Wichtigkeit des Deliktes sortieren. Wir ermitteln natürlich bei einem Raub oder einem Banküberfall anders als bei einer Sachbeschädigung. Gleichwohl nehmen wir die Dinge ernst und sind für jeden Hinweis dankbar. Doch erst in einem einzigen Fall konnte die Polizei Verdächtige ermitteln. Die Kirchengemeinden im Duisburger Norden fühlen sich deshalb alleingelassen mit diesen Attacken. Das ist die Kirchengemeinden im Duisburger Norden ist ein bisschen nach Wichtigkeit. Vielen Dank.